Die Zwischensohlen. Sie sollen der perfekte Übergang von Gummisohle und dem Obermaterial darstellen, sie sollen den Komfort beim Gehen erhöhen und sie sind einer der wichtigsten Bestandteile der meisten Schuhe. Doch wie ist das bei den Bergschuhen? Was hat es da mit den Zwischensohlen auf sich? First things first. Was ist eigentlich die Zwischensohle? Die Zwischensohle eines Schuhs ist eine meist aus Kunststoff hergestellte Sohle, die zwischen Innensohle und Laufsohle schlummert. Mit Kunststoff ist aber nicht ansatzweise alles gesagt, was eine Zwischensohle ausmachen kann. Denn Kunststoffe gibt es ja viele und die haben alle eine sehr unterschiedliche Eigenschaft. Welcher Kunststoff bei einer Zwischensohle verarbeitet wird, wird zumeist bei den Schuheigenschaften unter Zwischensohle angegeben. Hier gibt es in aller Regel Begriffe wie EVA, Nylon oder PU oder auch Dual Density oder Tresa. Doch eine wichtige Frage ist natürlich, wofür brauchen wir eigentlich eine Zwischensohle? Wieso gehen wir nicht einfach auf den normalen Laufsohlenbergsteigen? Der wichtigste Grund dafür ist, dass wir am Schuh ein gewisses Maß an Dämpfung brauchen. Komplett ungedämpfte Bergschuhe, wie zum Beispiel Barfußbergschuhe, sind für ungeübte Füße eine Belastung für die Gelenke und auch die Fußsohle. Gerade über längere Strecken und viele Stunden macht sich die partielle Absorption der Aufprallenergie definitiv bemerkbar. Doch eine weitere Funktion der Zwischensohle ist es, Unebenheiten im Gelände auszugleichen. Spitzesteine, Wurzeln und Co. wären natürlich extrem schmerzhaft, wenn wir barfuß draufsteigen würden. Die Laufsohle reduziert den punktuellen Druck, aber die Zwischensohle nimmt diesen dann komplett weg. Also sind wir im Prinzip nur deshalb so gemütlich weich und schmerzlos in den Bergen unterwegs, weil es Zwischensäulen gibt. Und die meisten von uns wissen das gar nicht, dass das eigentlich der Grund ist und wie sehr wir sie eigentlich schätzen sollten. Doch wieso gibt es da eigentlich so viele Fachbegriffe? Die vorher kennengelernten Fachbegriffe spiegeln die verschiedenen Kunststoffe wieder, zumindest ein Teil davon. Deshalb fangen wir mit der Abkürzung EVA an. EVA steht für Ethylen-Vinyl-Acetat-Copolymer. So, jetzt alles klar, oder? Nein? Okay, dann hole ich noch ein bisschen aus. EVA ist vereinfacht gesagt nichts anderes als ein Kunststoff und dieser wird mit Hitze und Druck hergestellt. EVA ist nicht umsonst der beliebteste Stoff, wenn es um Bergschuh-Zwischensohlen geht. Das hat nämlich einen Grund. Erstmal die Elastizität. EVA kann man im Prinzip drehen, biegen und ziehen wie Kaugummi. Das Schöne ist, selbst wenn man das tut, EVA gefällt es in dieser Grundform aber immer noch am besten. Das bedeutet, dass es zu dieser immer wieder zurückkehrt und nicht ausleiert. Während wir einen Schuh durch die Gummilaufsohle nicht in die Länge oder Breite ziehen, drücken wir durch unser Gewicht aber definitiv immer wieder drauf. Und das macht die EVA-Zwischensohle, macht der EVA-Zwischensohle eben nix aus. Sie nimmt den Druck auf, drückt sich zusammen und kehrt danach wieder in die Grundform zurück. Steht irgendwo am Weg ein Stein höher, dann passt sich die Sohle punktuell auch besser an. Klingt ja gut, aber es wird auch besser. EVA ist unfassbar leicht, was ultraleichte Schuhkonzepte sehr einfach möglich macht, ohne an anderen Spellen abzuspecken. Ein ganz großer Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, ist der Preis. Nämlich nicht nur der Preis, den du in deinem Laden bezahlst, sondern vor allem der Preis, den der Hersteller für das Material bezahlt. Dieser Preis liegt nämlich deutlich unter anderen Zwischensohlen. Aber bei all der Schwärmerei darf man natürlich die Kontra-Seite nicht außen vor lassen. EVA-Zwischensohlen sind durch ihren Aufbau gezwungenermaßen schnell durch, also nicht mehr voll funktionsfähig als bei anderen Zwischensohlen-Materialien. Bemerkbar wird das durch die Verringerung der Absorption und die Flexibilität über die Zeit. Dabei wird das Material übrigens nicht grundsätzlich steifer, wie oft angenommen, sondern verliert die Fähigkeit, immer wieder in die Ursprungsform zurückzukehren. Die Biegsamkeit verändert sich also nur minimal. Jedoch ist die Fähigkeit der Absorption ja gerade der Grund für die EVA-Zwischensohle. Wenn diese nicht mehr gegeben ist, wäre das natürlich ärgerlich und das passiert aber über eine intensive Nutzungszeit, egal wie kurz sie ist. Aber die Absorption ist nicht das einzige Problem. Es kommt auch noch die Tatsache dazu, dass sich bei EVA also ein weiches Material handelt. Das spürt man übrigens auch. Wenn man bei einem EVA-Schuh mit dem Fingernagel versucht reinzudrücken, das geht ganz leicht. Und das wird über die Zeit natürlich ein Problem. Weiches Material wird spröde und bröselig, wenn es aushärtet, was dann zwangsläufig über die Zeit passiert. Und ja, das führt dann eben dazu, dass zum Beispiel die Gummisohle, also die Laufsohle, einzelne Problemstellen kriegt. Aber wie sieht das alles denn bei der PU-Konkurrenz aus? Polyurethan. Ein beliebtes Material für Zwischensohlen sind nämlich eben diese PU-Zwischensohlen. Und das hat einen guten Grund. PU ist nicht so weich wie EVA, aber es ist auch ein wenig schwerer. Es hat aber durch den festeren Aufbau eine robustere Form, was die häufige Einwirkung von punktuellem Druck betrifft. Das bedeutet gerade beim Bergschuh, dass es nicht wie EVA über die Zeit zu einer Kompression des Aufbaus kommt. Die PU-Sohle bleibt eben wie sie ist. Sie war nie unfassbar weich und fluffig, wird dafür aber auch nie so richtig hart und komprimiert werden. Ein Kompromiss quasi. Der Vorteil bei PU-Zwischensohlen ist, dass sie hauptsächlich bei Schuhen mit harten Gummis zum Einsatz kommen. Mit dem entsprechenden Vorteil. Man merkt eigentlich nicht wirklich, ob die Sohlendicke oder das Zwischensohlenmaterial für einen steiferen Schuh verantwortlich ist. Und letztlich ist es auch egal. Doch wird bei grundsätzlich steiferen Schuhen auch eine PU-Zwischensohle verbaut, steht das immerhin für Langlebigkeit. Auch Berg- und Landerschuhe, die für einen robusten Einsatz gebaut sind und nicht allzu steife Sohlen haben, sollten in der Regel immer mit einer PU-Zwischensohle ausgestattet sein. PU ist durch den robusteren Aufbau jedoch auch etwas schwerer und vor allem in der Beschaffung auch teurer als EVA. Man zahlt also die Langlebigkeit und die Robustheit gepaart mit allen Vor- und Nachbeteil. Gut, soweit zu den beiden Platzherrschen. Doch einen kleinen Mitspieler gibt es noch, der hin und wieder Verwendung findet. Nylon. Nylon ist ziemlich spannend. Nylon-Zwischensohlen werden immer dann verbaut, wenn der Schuh nicht allzu schwer sein soll, aber definitiv hart und unnachgiebig. Nylon beweist sich als langlebige Alternative zu PU und EVA, wird aber selten verbaut, da es im Einkauf ziemlich teuer ist. Nylon würde aber im Direktvergleich tatsächlich noch länger leben und mit noch weniger Abnutzungserscheinungen leben müssen als PU. Am Papier wäre Nylon zwar in einem Knicktest im Polyurethan unterlegen, jedoch kommen solche Knicke im verklebten Bergschuh nicht zustande. Im Vergleich der Flexibilität sind sich PU und Nylon, zumindest wenn sie in einem Bergschuh einmal verbaut sind, sehr ähnlich, sodass signifikante Unterschiede noch am ehesten durch die Laufsohle und das Obermaterial zustande kommen würden. Und jetzt kommen wir noch zu den Begrifflichkeiten, die mit der Chemie rein gar nichts mehr zu tun haben. Begriffe wie Dual Density oder Presa. Ohne die Firmen hinter diesen lustigen Begriffen nennen zu wollen, sind sie auch bei weitem nicht die einzigen Hersteller mit diesen kryptischen Sprachen. Sollte sich jemand dumm vorkommen, weil er diese Begriffe nicht kennt, keine Sorge, man kann sie auch sehr schnell wieder vergessen. Es handelt sich dabei um eine gezielte Verschleierungstaktik der Schuhhersteller, um nicht zu offenbaren, welche Materialien in welchem Verhältnis verbaut werden. Dabei werden verschiedene Hersteller unterschiedliche Strategien anwenden. Das folgende betrifft aber nicht zwangsläufig die beiden vorher genannten Begriffe. Ich erkläre das jetzt hier mal ganz allgemein, wie das System hinter diesem Ansatz funktioniert. Eine Strategie ist das Übermalen schlechter Begriffe mit den eigenen. Das bedeutet, dass eine einfache typische Zwischensohle drin steckt, aber man dem ganzen einfach einen richtig schicken Namen gibt. Und um dann eben diese extremen, coolen und noch viel cooleren Ansätze zu finden wie alle anderen Hersteller. Also kann man im Prinzip von Rebranding sprechen. Die zweite Strategie ist etwas gewitzter. Hier wird ein neuer Name für eine Zwischensohle erfunden, jedoch steckt auch eine neue Zwischensohle dahinter. Hier handelt es sich meist um die Verarbeitung mehrerer Materialien an unterschiedlichen Stellen und Dicken. Der Clou ist, dass man dann auch nicht mehr in irgendwelchen Beschreibungen angeben muss, worum es sich wirklich handelt, sondern dumpfes Blabla wie spezielle Mischung Diverser Materialien für Besten, was auch immer. Man macht also Werbung mit Unwissenheit. Denn eine Verpflichtung zur Kennzeichnung der Materialien, die gibt es nicht. Man muss auch nicht sagen, was in den eigenen literarischen Ergüssen tatsächlich drinsteckt. Man kann wild drauf loserfinden und dann Mischungen verbauen, die niemand kennt. Wer also diese Vorgehensweise nicht unterstützen will und für Transparenz bei Produkten des Bergsports ist, sollte darauf achten, Schuhe mit entsprechend klarer Kennzeichnung zu kaufen. Ein weiterer Vorteil, man weiß nun auch ganz genau, was man kriegt und was man letztlich eben auch kauft. Die Conclusion am Ende des Tages zu diesem umfassenden Thema ist aber noch ganz wichtig. Deshalb aufpassen. EVA-Sohlen sind weich, absorbierend, lächerlich billig und sehr flexibel, aber auch kurzlebig empfindlich und nicht für viele Kilometer geeignet. Polyurethan, auch PU-Zwischensohlen, sind deutlich robuster, aber bei gleicher Verarbeitungsstärke auch schwerer und teurer. Sie haben schlechtere Absorptionswerte, aber eine längere Lebensdauer und weniger Kompression über die Zeit. Gleichzeitig sind sie auch ein Stück steifer. Nylon bildet eine Randgruppe, die vor allem im Hochtourenschuhen und spezielleren Schuhen Anwendung findet. Die Robustheit gegenüber Druck übertrifft PU auch über längere Zeit im Einsatz. Außerdem ist Nylon im Alterungsprozess im Schuh etwas unempfindlicher. Nylon ist aber definitiv teuer. Fakt ist, am Ende des Tages verbauen die Hersteller meist nicht unbedingt die beste Zwischensohle für einen Schuh, sondern die billigste und die bequemste. Wie absurd das da teilweise wird, das sieht man an Hochtourenschuhen mit EVA-Zwischensohlen. Die sind wunderbar weich, lassen sich dadurch auch super vermarkten und verkaufen, aber welche Nachteile man sich mit denen letztlich dazu kauft, das wird nur selten irgendwo kommuniziert. Ironischerweise werden Ultralight-Hochton-Schuhe teilweise doppelt so teuer verkauft wie normale. Dabei kostet die EVA-Konstruktion allein deutlich weniger als die PU-Konstruktion. Das ist etwas, worüber uns wir beim Kauf eines Bergschuhs und der Market dahinter mal wirklich Gedanken machen und solchen. Bergheil!